hallo und moin moin ja meine maschine steht bereit und wartet dass sie arbeiten darf ich mache heute eierlikör marvins dazu habe ich schon butter und zucker in meiner schüssel dahinein kommt jetzt noch ein bisschen tonka zucker wenn es dann rauskommt jawohl so ihr könnt wenn ihr das jetzt nicht habt selbstverständlich auch vanillenzucker nehmen aber ich nehme tonka schmeckt mir noch besser so und das lasse ich jetzt ganz kräftig einmal ausschlagen in der zeit wo die maschine läuft mische ich jetzt das mehl backpulver und salz und gerüstete haselnüsse also das was ich auch immer machen backpulver und mehl schön vermengen das sollt ihr jetzt bei diesem rezept wirklich machen weil das kommt im abwechselnden oder abwechselnd dann immer noch zu der buttermasse hinzu das ist das eine und in eine andere schüssel gebe ich dann zwei eier dann joghurt da bitte griechischen joghurt nehmen also der einen hohen fettanteil hat und ich gebe da noch hinzu den eierlikör denn es werden ja eierlikör muffins so und das mache ich genau wie mit dem mehl diese zutaten werden schön verrührt und kommen dann wie ich gesagt habe abwechselnd zur buttermasse aber das zeige ich euch gleich so das also auch schön verrühren und dann geht es weiter wenn die butter sich jetzt schön mit dem zucker vermengt hat kommt jetzt immer abwechselnd und die eierlikör masse hinzu ich mache jetzt drei löppel mehl lass das kurz einarbeiten und dann eben die eiermasse dann stellen wir das ein bisschen höher und dann wieder wenn sich dann alles schön verbunden hat dann kommen noch ein paar schokostückchen hinzu denn schoko ist da ja geht immer einmal kurz unterheben und schon sind die muffins zumindest ist der teig schon fertig und jetzt ab und jetzt ab in die förmchen wollte ich sagen so ich habe meine muffinförmchen schon mal hier ausgebuttert na komm her und jetzt einfach nur noch hinein und den backofen solltet ihr schon mal vorheizen auf 100 moment und 80 grad umluft habe ich eingestellt ja und dann ab in den ofen und dann lassen wir uns mal überraschen wie sie schmecken meine eierlikörmuffins sind schön abgekühlt und jetzt darf ich nachdem ich sie etwas garniert habe nicht wundern das sind keine echte schmetterlinge also das sind schmetterlinge aus backobladen und jetzt darf ich aber probieren schauen wir mal wie die gewonnen sind eigentlich könnte ich ja auch abbeißen aber das muss ich euch zeigen bevor guckt euch das an und diese wirklich kalt ganz saftig ganz weich und locker auch toll toll so aber jetzt ein habs in den mund jawohl ja die schokolade mit dem eierlikör sehr gut ja dann kann ich nur sagen wir sehen uns nächste woche weiter mit einem neuen video und bis dahin sage ich